Das nennt sich Blitzschlag. Ach, ich hab nicht so viel Filterzeit hier draußen. Teleparten. Ich bin schon dabei, Babel. Na, kommt schon. Au, ey, ey, ey. Warte noch. Wir sind in der Tür, wir sind in der nächsten Seite. Wir müssen jetzt gehen. Seid mich, schnell. Ich komme, ich komme. Warte, gibt's da vorne noch irgendwas? Sieht nicht aus. Komme, komme. Seid mich. Ich bin schon da. Gut, dass wir die Schotze gefunden haben. Ja, ich bin nur da, Babel. Und durch, und durch. Und rüber, 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 rüber. Glück gehabt. Flasser, mehr sind gekommen. Freut mich, du musst den Ende finden. Über dich. Lass uns. Schade, zu viele von ihnen. Wir müssen nach der Station. Geh zum Escalator. Ich bin, Babel. Geh runter, sie sind noch hinter uns. Komm, 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 komm. Friss Blei. Boah, fuck it, sie hat die Viecher. Klar, kein Ding, Babel. Das war nix. Das war knapp. Ich bin, Babel. Ich bin, Babel und ich helfen uns wiederholen. Und wir zurückkommen nach der Metro als realen Partner. Du kannst die Wastelands nicht mehr so weit weg. Aber jetzt hinter uns liegt eine populärte Station. Das Theater. Es ist sehr nahe mit Polis. Wenn Pavel mich durch die Redline-Guard-Poste führt, werde ich in weniger als eine Stunde nach Hause bleiben. Willst du ein Nachtmärk? Sie wartet für dich da oben. Kein Sinn zu gehen. Wir haben nur drei Männer. Wir müssen zumindest ein paar Gruppen. Also was jetzt? Du gehst nicht? Wir haben sie erst. Und wir warten für die Leute. Auf ihrem Weg. Dann gib den Gehirn ein bisschen. Willkommen zum Theater. Du gehst, komm mal rein. Das ist meine Höhe. Die neuen Standards sagen, ich bin zwei Zentimeter lang. Was passiert, wenn sie uns hier finden? Geh es einfach. Niemand schießt mich. Anyway, zwei Zentimeter ist viel. Für dich vielleicht. Du kannst in der Armee und wieder ein Bürger sein. Aber deine Gefängnisse werden verhängt. Die Gefängnisse werden verhängt. Ich werde in der Armee nicht aufhalten. Das ist die Infektion. Wenn sie die Gefängnisse werden, WILL das bei uns wiederholfen. Das war die Gefängnisse. Nein, wir können. Sorry. Das ist verhängt. Oh Gott. Was ist so? Was war die Kinder? Und die Kinder? Die Eltern hier? Nein, du kannst hier nur warten. Aber du hast die erste Gruppe in. Jetzt, sie sitzen auf ihrem Tränen auf dem Transfer-Train. Sei dankbar, dass du auf der Plattform hast, wo du ein bisschen Raum hast. Entstanden. Ich muss aufs Klo. Ja, hättest du vor der Aufnahme machen müssen. Um... Komma Punkte. Ja, ich möchte mich noch kurz umschauen. Hey, Freundin, schau mal, es gibt viele Dinge, die du hier sehen hast. Ich habe mich mit meinen Leuten gefunden. Oh, ich habe einen guten Tag. Hm, ich will schon schauen, ob hier noch was ist. Ja, ja, ich bin ja schon wieder weg. So. Das Theater, also. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Oh, sind wir nicht irgendein alter Spieler? Ja. 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 Nichts. 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 Ja. Ich hab dich ja fast. Ja. Ja. Du. Ja. Gehörs, dierens, money changers, even peasants, for Christ's sake. All are welcome here. Even lousy actors. I live in a theater where we breathe the miasma of the decaying Bolshoi. This station is overpopulated with the ghosts of the opera. But is there a place here for the best critic of our once great country? Hell no. I tell the truth. And I am repaid with insults and poverty? I say you are a disgrace to the name of Bolshoi. And they reply, now Bolshoi is us and us alone. They are immune to criticism. They choose money over art. And these poor souls traveling from all open metro to see the glorious Bolshoi? They are play for fools. They say that art only interests the welfare. But my young friend, I will argue that even the hungry need art. For thinking on the assorted matters. I will argue that the pain of an empty stomach. But sadly, true art is 20 years gone. What remains is brufine trash. And so my own hunger persists. Will you honor what we've lost by perhaps donating a bullet? Ah, oh my God. And so the rest are still men, not just Mario Metz. Give to Joaquin more one. Of course, so. Two Kermapunkte? That's very well. Ich habe mich darüber diskutiert. Ich sitze, trinke, party lights. Wenn all around uns radiation, death, decay, and endless war. Death and decay. That's exactly why we need theater. A drink and a show warms your body and soul. Without that, we may as well end it all. Hm. Hm. So, when does our guest live? The masked one with the scythe. Any minute now, so drink up! Cheers! Und noch ein Kammerbund. Und... Je bitte hier was? Nö. Bot Buaka. Scheint ein beliebtes Getränk zu sein. And join us. It's a funeral of feast. For civilization. Ignore him! And his love he lacks the whole party down. I was a lot of guy. You feel better. Ballet. Entertainment. Opera. Cheers! Wow! That is a really appetizing smell you have here, Simeonovna. Is that something new? New? As if mushrooms with mushroom sauce? Hey! Keep your hand out of the pot, or you're getting smacked in the head. Ah, you're getting smacked. She's a little tiger and the He's here... One of the measures had a thing for me. They want you to talk to me. He told me about all the othermailers, about the racial struggle to keep humans free and free. But there isn't so many memories. Oh, do you want me to hear something about these? So have you repelled that whatever you're in? There are so many tickets you can, but you're in there, there are so many tickets. Ich wünschte ihn. Ich habe ihn mit dem Flugzeuge geführt. Und er wurde drei Tage später getötet. Er hat den schwarzen Augen geöffnet. Und so er sagt, dass bei den neuen Standards, mein Mann war mutter. Und er sagt, aber seine Stimme ist auf dich. Gib mir was ich will. Oder er hängt. Das riecht doch nach dem Karma-Punkte-Gespräche. Das ist so schön lang. Mein Mann hat den Mann gebetet. Und die Gäste hat ihn tot. Ich bin der Mann. 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 ich kann mich selbst aufhören. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Na gut. Keine Karma-Punkte. Sorry, Katja. Sorry. Why, what happened? Litya didn't make it. How? We were heading back. A demon appeared. We all hit the ground and shot at the demon. Es war nicht so, bis er schlug. Keine Person hat das Grätsch. Aber Vitya nicht aufsteh. Der Maske war es auf dem Brick. Und du? Du hast ihn da gelegt. Nein, Katja. Wir versuchen ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein! Vitya! Wir haben ihn da. Wir haben ihn da. Wir haben den Schmacken geblieben. Lass ihn sein. Lass ihn sein. Ja, zeig etwas, was wir wissen. Wow, das ist ein Dämon. So sieht Gary, wie das echte Ding. Oh, Dämon! Schau an die Flaps und Wände! Sie ist attackiert! Dad sagt, dass er Flaps und Wände wie diese, wenn er ausfällt. Und mein Vater sah viele Dämonen. Kannst du mir helfen? Das ist ein Dämon? Also, es ist... Okay. Lass ihn sein. Lass ihn sein. Aber es war so Dämonen wie das. Hurry! Da sind nur so viele Dämonen. Sie sind so Dämonen? Nein. Sie waren schön. Sie waren schön. Sie waren großartig, aber kleiner als Dämonen. Dämonen nicht attackieren. Sie sind nicht attackiert. Sie waren schön.